Jetzt habe ich noch die Creme gekauft. Einmal morgens und einmal abends soll ich diese Creme hier benutzen. Und dann habe ich mir hier noch was Süßes gekauft in der Apotheke. Vielleicht gebe ich das auch den Kindern. Julian und das ist mein viertes Kölschner. Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich bin gerade in Köln angekommen beim Hautarzt und muss noch mal zur Nachkontrolle und bin ganz ehrlich. Ich habe auch ein bisschen Schiss vor dem Ergebnis, was jetzt gleich kommt, weil ich kriege jetzt mein Ergebnis von der Muttermalen. Na ja, drückt mir die Daumen. Ich habe doch keine Ahnung, was da steht, aber die gute Nachricht ist, es ist nichts Bösartiges. Es ist nichts Schlimmes und es muss auch nichts nachgeschnitten werden. Die schlechte Nachricht ist, dadurch, dass ich schon als ich hingefahren bin, keinen Parkplatz gefunden habe und wirklich hier gefühlt durch den verletzten Ort gefahren bin, nichts gefunden habe, muss ich jetzt erstmal noch ewig weit zum Auto laufen. Und dann habe ich zu Hause noch ein bisschen was zu tun. Ja, ich musste noch das Parkdicket verstaunen. Aber Auto angekommen, merke ich, wie krass ich immer noch an diesem... Ich schiebe das jetzt mal bewusst auf dieses Long Covid. Also ich hatte ja offiziell einmal, ich glaube aber zweimal Corona, einmal ganz am Anfang, als es ausgebrochen ist und einmal ja im Februar. Das habt ihr ja in den allerersten Videos von uns direkt mitbekommen. Und deswegen bin ich auch immer noch so einfach nur von so ein bisschen marschieren. So, ja, außer Atem ist es nicht, aber ich fange an zu keuchen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, was ich euch noch sagen wollte, ich kriege jetzt eine Fusicutan-Creme. Die muss ich mir jetzt noch aus der Apotheke holen, denn das eine riesengroße da, was den man am Schulterblatt weggeschnitten hat, was auch gerade echt unangenehm war, weil da ist immer noch diese, wie heißt das, Fibrin, glaube ich, oder wie das heißt, diese Schutzschicht, die die Haut da bildet. Und er nahm einfach so ein trockenes Tuch und rieb die einfach weg. Einfach ein bisschen unangenehm. Aber er sagte halt, da soll ich mir jetzt noch für circa eine Woche immer morgens und abends unter das Pflaster diese Creme drauf machen, damit das einfach ein bisschen schneller abheilt. Weil das halt doch schon im Vergleich zu den anderen sehr groß ist. Also es ist, ich würde jetzt mal sagen, ein Zentimeter mal ein Zentimeter, ist jetzt kein riesen Loch da im Rücken, aber im Vergleich zu den anderen Muttermalen, ich kann euch das ja da einmal zeigen. Das sind ja alles winzig kleine Wunden. Aber das am Rücken ist halt ein bisschen größer. Deswegen soll ich mir jetzt noch diese Creme holen und dann fahre ich nach Hause. Dann habe ich ein bisschen was noch zu Hause zu tun. Und dann freue ich mich wie Bulle. Bolle. Freue ich mich wie Bolle. Dann freue ich mich wie Bolle. Ja. Auf jeden Fall freue ich mich riesig darüber, dass ich meine Tochter gleich abholen kann, weil die habe ich ja jetzt auch fast eine Woche lang nicht gesehen. Und ich freue mich tierisch darauf, dass wir auch jetzt ein längeres Wochenende haben, inklusive dem Feiertag am Montag. Da bleibt sie auch noch bei mir und ich fahre sie dann am Dienstag erst wieder in die Kita. Und ja, heute Nachmittag habe ich dann allerdings noch einen Termin um drei am Arsch der Welt gefühlt, von uns aus gesehen, wirklich in einem der hintersten Ortschaften von Köln. Ich habe schon mit dem Navi geguckt, ist ungefähr eine Dreiviertelstunde Anfahrt ohne Stau und ohne Verkehr. Also da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was unterwegs sein. Aber das muss ja eben so sein, denn von nichts kommt ja nichts. Und Hunger habe ich auch noch, deswegen fahre ich jetzt nach Hause. Nein, erst in die Apotheke und dann fahre ich nach Hause. So, jetzt habe ich noch die Creme gekauft. Die soll ich, glaube ich, einmal morgens und einmal abends, soll ich diese Creme hier benutzen. Ja, und dann habe ich mir hier noch was Süßes gekauft in der Apotheke. Mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht gebe ich das auch den Kindern. Mittagspause. Ich finde, so kann man seine Mittagspause genießen. Und wie gut das regnet. Ich bin jetzt gerade am Kindergarten angekommen, muss aber noch den Kindersitz wieder einbauen. Denn als wir am Samstag auf der Hauptstadt waren, haben wir ja Leute mitgenommen und die passten natürlich als erwachsene Leute nicht auf den Kindersitz logischerweise. So, den schnalle ich jetzt mal wieder an hier. Und dann gehe ich meine Tochter holen. Und dann fahre ich gleich noch auf meinen Termin, während Sandra jetzt Mittagspause macht. Meine Tochter hat ja zum Glück gegessen. Mirko isst auch. Oder hat jetzt schon gegessen. Und dann, wie gesagt, setze ich sie gleich schnell zu Hause ab. Und dann muss ich auch schon wieder los, damit ich auch frühestmöglich wieder zu Hause bin. Ich werde jetzt, weil ich jetzt Feierabend gemacht habe, mir diese leckere Tomatensuppe mit Reis machen. Irgendwie gefühlt in jedem Video oder jedem zweiten Video sage ich euch, es ist eine Kindheitserinnerung. Und diesmal ist es auch wieder eine Kindheitserinnerung. Denn diese Tomatensuppe oder vielleicht auch von einer anderen Marke, aber aus der Tüte auf jeden Fall. Die Tomatensuppe mit Reis. Die habe ich damals immer bei meiner liebsten Patentante. Das ist die beste Freundin von meiner Mama. Die hat mich nämlich früher einmal die Woche aus der Kita abgeholt. Und da habe ich ganz, ganz oft diese Suppe gegessen. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Wenn meine Mama jetzt das Video sieht, kann es natürlich passieren, dass sie sagt, das stimmt doch gar nicht. Oder hast du doch gar nicht so oft. Aber es ist ja meistens so, dass man als Kind andere Sachen wahrnimmt und sich behält, als es halt im Endeffekt die Erwachsenen wahrnehmen. Oder als die Erwachsenen sich das merken. Kinder legen da natürlich immer ganz anderen Wert auf Dinge. Genau. Und deswegen mache ich mir jetzt diese leckere Suppe. Ich habe nämlich heute Mittag so lange in der Badewanne gelegen, dass ich es nicht geschafft habe, noch was zum Mittag zu essen. Das war nicht so gut. Ich habe da nur schnell eine Banane mir am Laptop reingezogen. Ich habe jetzt natürlich Feierabend endlich. Und jetzt mache ich mir halt eben diese Suppe, weil ich doch irgendwie noch irgendwas brauche, aber auch nichts richtig Deftiges essen kann, weil sonst habe ich später wieder keinen Hunger, wenn wir alle zusammen Abend essen wollen. Schmeckt genauso gut wie damals. Wirklich. Wie als Kind. Als wäre es wirklich exakt die gleiche Suppe gewesen. Und dass die Bücher hier immer noch stehen, die habe ich ja verkauft bei Momox. Das liegt daran, dass ich nur diesen Karton habe. Und für diese 1, 2, 3, 4, 5 Bücher habe ich leider im Moment keinen passenden Karton. Aber da ich noch ein paar Sachen bestellt habe für Mirkus Geburtstag, weil der wünscht sich ja so viele Sachen. Und unter anderem noch, ähm, was habe ich noch bestellt? Ja, hier so Mitgebsel. Also für den Kindergeburtstag. Und da kommen noch ein paar Sachen. Deswegen, ähm, ja, denke ich, da wird schon sich irgendein Karton finden, wo dann die Bücher reinpassen. Und bis dahin müssen die halt leider noch nicht stehen bleiben. So, Leer Flück. Jetzt muss ich übrigens alles jetzt sagen. Ich bin hier ein echter kölscher Junge und ich war ja auch an vielen Örtchen hier in Köln schon unterwegs. Ever. Jetzt habe ich zum ersten Mal eine neue Feder für mich entdeckt, nämlich Köln-Widdersdorf. Ich muss wirklich sagen, ich war ja noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, was mich hier hin hätte trecken sollen. Aber ist halt so. So, jetzt hat er auch uns gehört, wenn wir hier in Köln-Schwart. Ich würde sagen, ich jank jetzt zum Termin und da drückt er mir die Döhmchen, dass das jetzt weht, weil der Junge muss ja Geld verdienen. Von nichts gehört nichts. Ist eines der Köln-Schö-Grund gesetzt. Und wenn der Termin erfolgreich war, dann wäre das ganz schön, weil ich habe morgen noch einen Termin und dann ist für mich auch Wochenende. So, das reicht auch. Ihr habt es mal gehört, weil, nicht normalerweise, ich strenge mich immer für unsere Videos hier extrem an. Also ich muss zwar sagen, ich spreche jetzt zu Hause keinen Platz mit Sandra sowieso nicht. Die versteht zwar viel, aber sie spricht es nicht. Und wenn der Gegenüber es nicht in der Form spricht, dann kommt man noch nicht dazu. Aber ich finde es halt echt geil, wenn man mal nach Köln fährt oder auch in Bonn. Die uralten Bonner haben halt alle noch dieses Platz. Und ich bin sehr traurig darüber, dass diese Kölsche oder generell diese rheinische Mundart ein bisschen ausstirbt. Und jetzt habe ich genug geschwarrt, ihr zieht den Wege. Gehen wir dann mit den Freunden essen? Genau, wir gehen gleich alle essen. Also, die Kinder haben gerade Dunkelparty gespielt. Und dabei ist ein kleines Malörchen passiert. Die Kleine von Julian hatte irgendwie nicht gemerkt, dass sie auf die Toilette muss und hat dann auch es nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette geschafft. Ich meine, hier kann alles passieren. Ist ja gar kein Problem. Passiert ja sonst nie. Von daher ist das auch alles gar kein Problem. Ich habe sie jetzt in die Badewanne gesetzt und Julian müsste auch eigentlich gleich vom Termin wieder kommen. Und wir werden dann gleich, je nachdem wie schnell Julian dann gleich fertig ist noch mit dem Nacharbeiten von seinem Termin, gehen wir dann nachher noch mit meinen Mädels und ihren Männern essen. Und mit den Kindern natürlich auch. Also normalerweise habe ich ja heute Mädelstag, da wir Donnerstag haben. Eigentlich immer donnerstags treffe ich mich mit meinen Mädels und wir treffen uns entweder hier oder bei einer von den beiden oder wir gehen essen oder 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 oder. Ist auf jeden Fall, ja, Mädelstag halt. Und manchmal überkommt es dann einen von uns und wir sagen dann, ja komm, sollen wir die Männer fragen, ob die auch Lust haben. Und deswegen gehen wir gleich bei uns im Ort in eine, ich glaube eigentlich ist es eine Kneipe, aber es ist irgendwie auch ein Restaurant. Und da werden wir dann lecker Schnitzel essen gehen. Und da freue ich mich echt schon mega, mega, mega mäßig drauf. Termin war gut. Ich bin jetzt zu Hause, allerdings wieder am Arbeiten. Es lässt mich nicht los. Es liegt aber auch daran, dass ich die Kunden eben dann nach knapp einer Stunde erlösen wollte vom Versicherungsgelabere und halt gesagt habe, ich mache den Rest zu Hause. Sandra hat ja schon erzählt, wir gehen jetzt gleich essen und ich freue mich da auch tierisch drauf, weil ich Hunger habe. Und die Kinder nehmen mir dann mit. Jetzt habe ich voll vergessen, was ich eigentlich noch sagen wollte. Ich weiß es nicht. Ist auch nicht schlimm. Ich mache jetzt hier schnell fertig und dann zeigen wir euch gleich noch unser wunder, wunderbares Essen. Schnitzel ist dieses Restaurant zumindest regional bekannt für. Dann werden wir die Kinder wahrscheinlich auch schon ins Bett bringen. Aber jetzt schauen wir erstmal, ich muss hier jetzt fertig werden und dann gucken wir mal, was es da zu essen gibt, wie die Mädels drauf sind, wie der Abend verläuft. Und dann kann man noch darüber sprechen, die Kinder ins Bett zu bringen, weil es ist ja jetzt auch erst 20 nach 5. Entsprechend sowieso noch viel zu früh darüber nachzudenken. Es ist doch schon kälter, als ich es eigentlich gedacht habe. Deswegen habe ich mir jetzt meine Winterjacke angezogen. Mirko wollte sich schon dicke Handschuhe anziehen, als würden wir irgendwo nach Winterberg fahren ins Skigebiet. Und ja, die Kleine hat auch eine Mütze an immerhin und auch Julian hat seine dicke Winterjacke an. Ist doch kalt. Ende September. Ich bin Julian und das ist mein viertes Kölsch. So, die Kinder sind im Bett. Es ist, wie ihr gesehen habt, bis gleich Viertel nach neun. Ich bin so voll gefressen. Sandra liegt mittlerweile schon im Bett. Aber ich mache es jetzt erstmal so, wie Sandra es heute Mittag gemacht hat und habe angefangen, mir ein Bad einzulassen. Für mich zählt die Entspannung und die brauche ich jetzt auch. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid und freue mich auch, dass ihr beim nächsten Mal hoffentlich wieder dabei seid. Und dann würde ich sagen, dadurch, dass wir im Moment so viele Vlogs online stellen, spare ich mir das in jedem Video zu sagen, drückt auf Abonnieren, auch wenn ihr es tun solltet auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, habt einen wunderbaren Abend, eine tolle Woche, ein tolles Wochenende, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.